Mein Name ist Lukas Hünel. Ich arbeite für die Glubal Software im Bereich der Kundenbetreuung und des Produkt-Engineering und zwar mit dem Fokus auf den Schnittstellen und auf der Stahlbemessung. Ich arbeite hier seit Oktober 2011, 11,5 Jahre circa. Bei Glubal besonders ist einerseits die abwechslungsreichen Aufgaben, mit denen man täglich konfrontiert wird und im Allgemeinen eigentlich die Work-Life-Balance, die passt und ein super Betriebsklima im Endeffekt.